Willkommen wieder zum Let's Play GTA Online. Heute zum ersten Mal die PC-Version mit dem Moneerli, dem Faded, der sagt mal gar nichts und dem Low-Timer. Was geht alter? Das klang so schwul. Und heute jumpen wir den Mount Julia drunter und wir wissen nicht, was uns erwartet. Wir machen das das erste Mal. Wir fahren nämlich mit dem Andi, der fährt im Truck, den man sehen kann und wir sind hinten drin. Und er springt hinterher, weil wir keinen Platz mehr haben, weil wir Angst haben, dass es ein South Park ist. Und ja, fangen wir mal los. Du grüßtlst mich da an, wie du hörst du da. Ihr müsst jetzt so schauen, dass wir im Fahrzeug bleiben. Das wird schwer. Ihr bist so tapered. Wenn wir es nicht einmal diese Dialektstaffel machen, wo wir nur im Dialekt drehen. Da zieh mich. Ey, ey, hör auf. Hilfe, Hilfe. Nein! Schau! Warte, Andi bleibt da stehen. Ich würde mal sagen, das ist kein Problem für mich. Ich bin jetzt gerade die Steigung hier und ich gehe einfach mal raus. Bis er runter zupft. Ja, ja, schupt mich raus. Ja, ich hab dich nicht mit Absicht raus schupt. Ey, Andi fahr da jetzt runter, fahr da jetzt runter ganz kurz. Dass er hinten wieder reinkommt. Nein, ach, 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 ach. Oh, das ist blöd, wenn du da jetzt fählst, dann gehst du wieder runter, gell? Du darfst jetzt nicht fählen. Du darfst jetzt nicht fählen. Du darfst dann nicht fählen. Du darfst dann nicht fählen, was machst du, du kannst rein. Okay, dann machen wir jetzt. What the fuck? Oh, da liegt Geld rum. Oh, da liegt Geld rum. Oh, da liegt Geld rum. Mein Geld, mein Geld, mein Geld, mein Geld. Okay, warte, wir waren. Alter, das ist eine Saubande. Da, ich bin nicht weit weg. Ja. Ihr seid so ein Sauhaufen. Ja, du überfahrst mich. Kann ich was dafür, wenn du stirbst? Was pickst du mir so auch auf meinem Hinterteil? Bist schwul? Kommt, geht, 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 geht. Fack mich jetzt runter zu. Nein! Nein! Jawohl. Oh, shit. Ey, das ist echt so ein Scheiß. Ey, warte, Andi fahr da hin. Fahr da hin. Wir schaffen das. Wir schaffen das noch. Undi fahr da hin. Ich fahr rauf. Nein. Nein. Ja, okay, so geht's aber. Wir fällen unseres Lebens weißt du. Deshalb hab ich mir auch gedacht, was bringt es uns, wenn wir da oben uns hinsetzen? Das schaffen wir schon. Bis wieder fertig sind. Es war die Rolle, Alter. Fahren wir einfach runter. Nein, nein. Ich will jetzt... Bitte nimm den Controller. Ich hab da... 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 Ey, das Bike liegt aber drin, gell? Ja, ich... Ja, steig ab und nimm's eins. Nein! Jetzt ist es rausgeparkt. Es ist rausgeparkt. Bei mir ist es noch drin. Ah... Ja, fahr rückwärts. Fahr rückwärts. Nein, lass... Lass mein Bike nur. Ich bin hier... Weißt du, das ist anfänglich auf Neukin schon zweimal gestorben. Bei mir fährst du gerade über das Bike drüber irgendwie. WTF? Ich komm nicht mehr rückwärts. Ich fahr rückwärts. Ich fahr rückwärts. Ich fahr rückwärts. Ich fahr rückwärts. WTF? WTF? Ich bin... Ich bin... Ich fahr rückwärts, schau. Da fliegt ein Feuer. Mein Auto brennt halt. Ich geb dir... Ich hab dir das ausschaut. Du Ralf fliegt grad runter. Du schaust so geil aus. Bei mir brennt das Auto. Mein Kofferraum brennt. Meine Ladefläche. Der Bizeps brennt. Mein Bizeps brennt. Wie es gerade ausgeschaut hat. Alter ich fahr da noch rein. Du. Nein, es geht nicht. Wir machen mal erst. Wir jumpen jetzt einfach untereinander mit dem... Nein. 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 Nein! Wie ist es ausschauen? Oh Mann! Oh Scheiße! Warte! Warte! Ego Perspektive! Oh Scheiße! Ich will zurück! Es geht nicht! What the fuck! Wie das ausschaut! Wie das ausschaut! Oh Mann! Weißt du was? Wir drehen alle hintereinander! Ja toll! Wie piegst du denn? Alter wie das jetzt ausschaut! Weißt du was? Ich jag mein Auto jetzt weg! Leg auf! Du hast blonde Haare! Ja! Ich hab blonde Haare! Hab ich gestern gemacht! Und schuld! Ich weiss wo dein Ding liegt! Ich hol dich! Ja! Ich hol dich! Achso! Ich kann dich nicht holen! Ich hab ein Pädet hinten drauf! Cool Guys! Und look at Explosions! Jungs! Wartet auf mich! Ich bin gleich da oben! Fahr mal da oben! Nein! Hier ist das geht nicht! Weil da bin ich dann nicht mehr da oben! Ja! Das geht nicht! Weil da hab ich noch was zu Minecraft zu geben! Ok tschüss! Ok tschüss! So dann fahren wir da! Du hörst! Du hörst! Du hörst! Du hörst! Schneid es? Schneid es bei euch? Nein! Doch nicht! Nein weil... Nein weil es ist Sommer! Oder ist das... Ist das einfach Nebel? Das ist Nebel! Das ist Nebel! Du Grisprkraut! Ja ich seh das nicht sogar! Du Knampf! Ich hab Angst im Nebel! Echt! Nebel! Ich hab Angst im Nebel! Nebel! Aber schaut geil aus! Da steht der Blonder vor dem Losentos Castle mit einer Chick! Den bin ich gerade umgefahren! Wird's gemacht! Da bist du! Unnarrisch! Du! Da haut's mir beim Beidlaufzeiten! Bitteschön! Danke! Faded! Okay! Scheißfaded! Schönen wir mal ob ich irgendwas... Ich will mal den Auspuff anschauen! Ah! Der Lower Auspuff! Aber ich weiß nicht der Lower! Ich hab den Lower, weil ich bin heilt! Äh! Faded! Na ich kaufe mir den jetzt nicht! Der kostet 750! Hauen wir doch keinen Auspuff! Ich hab den Auspuff für 750 jetzt drauf! Wenn ich ihn eh nicht brauche! Schau mal was... Da fädet! Schau da! Siehst du wie ein Arscher da du! Hau mal viel! Ja! Schaut aber besser aus für dich! Für dich auch! Ich nicht! Ich mag dieses Upper mehr! Geh kaum! Hat kein Geschmack der Buh! Ja! Hat kein Geschmack der Buh! Wann kann denn das schirke Grafel da? He! He! Ich hab das Auto gefunden! Wo? Da! Ah! Wie geil ist das bitte! Warte! Bleib stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Alter! Schaut das geil aus! Haha! Haha! Verkaufen! Alter! 10.800! Ah! Und jetzt wieder das Lack! Ja! Was war in der letzten Aufnahme? Ah ja! Da hab ich Lack gehabt! Spur oder? Da ist das Klo-Set! Ah! Fuck! Ja! Toll! Super! Das ist halt ein lauer Auspuff hast! Scheiße! Du Lutscher! He! Du Lack! Du Lack! He! He! Alter! Was bist du für eine Missgeburt? Was? Kranken? Du bist so ein Trottel! Mit dir kann er nicht spielen! Oh! Das geht einfach nicht! Er kann es nicht! Er fährt mir instant rein! In die Rückstelle! Nicht, dass du nachdenkst! Das ist doch vielleicht die Luft! Hey! Hm! Was? Du hast das nicht gesehen! Mein Opa das hin! He! 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 Das hat sich als Unfall ammerkannt! Weil er mir reingefahren ist! Und ich ihm die Dankeschön! He! 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 Ich muss nichts zahlen! He! Du bist so ein Trottel! He! He! Oh shit! He! He! Beste Szene, Alter! He! He! Beste! Beste Szene! Beste! Beste! Ich mach den Übung an! Na immerhin muss ich jetzt nicht bei meinem Ding wegzahlen! Was muss ich zahlen? 7 Dollar? Wahnsinn! Na 20 Dollar waren es für 7 Liter oder was? Ja 7... 7 Liter! Das ist etwas viel! Wurscht! So haben wir es jetzt alle? Alle fertig gedankt? Alle schon auf die Toilette gegangen? Ja! Dann können wir nämlich eine Bergtung machen! Ja! Lowtime, wie heißt du eigentlich? Ich vergiss das! Julian! Liebe Abonnenten, schreibt es in die Kommentare und sagt ob vier Dakt da einen Kickstarter haben! Nein, haben sie nicht! Das ist zu Geldgeil angelassen! Das ist zu Geldgeil angelassen! Das geht nicht! Vergiss das! YouTube Money! Nein! Wir dachten, wir können keinen Kickstarter haben! Das ist unmöglich! Das können nur zwei Dakt da! Ey warte, warte, warte! Bevor ich da weiterfahre! Ja! Dann weißt du wohin, dass du vor warst! Der ist da! Das Ding da, gell! Das hat irgendwas zu tun mit... Also da gibt es ja diese... Ja wir machen jetzt eine Tour! Andi ist unser Tourführer mit unserem Mad-Set! Äh! Das ist angeblich... Ja! Das hat mit einem Easter-Act zu tun von Back to the Future! Also zurück in die Zukunft! Weil 1917 ist irgendwie die Zeit wo die zurückgereist sind oder so! Wenn man da dahin fährt! Äh! Da ist irgendwie so ein Gleis! Und da sollte man angeblich in die Zukunft reisen können oder in die Vergangenheit reisen können! Irgendwie sowas! Und da versuchen folgende Leute zu blicken! Blablabla! Ob das irgendwie funktioniert! Es hat bis jetzt noch niemand geschafft! Aber angeblich ist das irgendwie ein Easter-Act und ja! Kann man sich auf dem Video davon anschauen! Einfach eingeben! Zurück in die Zukunft! Easter-Act geht auf 5! Und dann kann man sich da selber ein Bild von machen! Ob man es glaubt oder nicht! Okay, tschüss! Okay! Gut! Machen wir jetzt die Wald-Tour! Da durch einfach! Ja! Befunde! Krischbl! Scheiß Dreck! Du hörst du! Wer kommt man da so entgegen? Hörst du! Jetzt hat es mich da aber geschmissen! Grüß Gott! Da war ein Steinchen! Als Absicht, dass ich jetzt vom Motor hat gewonnen! Ah! So eine Scheiße! Ich bin in den Stein einer gefahren! Da hörst du! Scheiß! Scheiß Faded! Purse Purse! Macht voll Spaß! Mir hat schon wieder ein Baum eine gewixt! Mädels! Ich komme! Das wollte ich gar nicht wissen! Servus! 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 Ja! Also ich bin einmal weggefordert! Ja ist klar! Du hast sehr tuned! Ich kann es noch nicht! Ob ich nicht! Hab ich nicht! Nein! Nein! Weil ich habe sie nicht getunt! Nein! Weil sie hat keinen Krieg startet! Deswegen tunest du sie! Deswegen ja! Immer diese Insider! Das ist einfach der... Das ist einfach der Lower! Faded! Scheiße! Arschloch! Arschloch! Bitte! Das ist ein Blutdammer! Handy! Halt die Goschen! Das hat jetzt so gut klappt die ganze Zeit! Mit nur mit dem Wheelie hochfahren! Und jetzt reite ich schon wieder einen Steinchen! So! Ich habe gerade... Ich denke mir das wir da runterfahren! Bin schon wieder in da, Alter! Bin schon wieder in da! Ich würde sagen wir fahren keine Schanze! Wir fahren Offroad runter! Weil ich habe kein Fallschum! Ich scherze jetzt nicht Fallschum springen! Wir fahren da jetzt Vollgas Offroad runter! Die Leute müssen das haltieren! Hörst du Krippel du! Du sitzt! Jetzt tratsst mich da aber nimmer! Du, das Motorrad! Du, das Scheißdreck da! Du, das Scheißdreck da! Erzberg Tuning treffen! Erzberg Tuning! Erzberg Tuning! Ja! 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 Die können auch richtig, Alter! Faded bitte! Macht schnell! Weil die können nicht mehr warten da oben! Nein! Ich lasse das extra viel Zeit! Gib mir Dreck K.O! Alter! Ich muss die definitiv dann tunen! Andi aus! Aber erstens muss ich levelen! Das ist nicht gut was du machst! Ich fühle mich attackiert so! Ich stampfe durch Blut! Schau was du da gemacht hast! Schatz kommt schon wieder der Fadet! Na endlich! Nach zwei Wochen! Erzberg Tuning ist endlich da! Nach zwei Wochen bin ich hier! Hallo meine lieben Freunde! Er fährt schon wieder fast runter! Er hätte mich fast gerade wieder gefahren! Das wollte er! Gehst du bitte von meinem Motorrad runter? Hast du einen Appa? Hä? Hast du einen Appa? Hast du einen schon? Hast du einen Bäcker? Hast du einen Bäcker oder was? Enduro-Erzberg? Wir wollen jetzt ganz normal einen Enduro-Erzberg-Dur machen, aber nein! Wir werden von Andi gehindert! Ich hab keinen Helm! Du brauchst keinen Helm! Das passt schon so! Ja, ja! Oh shit! Das passt schon so! Ah, fuck! Fuck! Ich pick's auf! Alter, mir holt's schon oft zu unten, hörst du! Wir haben gesagt, ohne falsch hier! Wir wollen einen Erdberg-Dur machen! Oh shit! Oh shit! Oh schiesel die Diesel! Oh shit! Oh shit! Oh, ich hab's so gut geschaut! Ich auch! Ich bin nämlich den ganzen Stein abhack untergeflogen! Nein! Ihr seid mit den Stein abhack untergeflogen! Ich bin durch den gleich... Ich bin zum selben Stein gekracht wie du, Alter! So ne Kacke! Soll deine Tour werden! Ja, was kann ich dafür? Ich bin hier zu untergeflogen! Du hast mal den ersten Brot da drinnen, du Trottel! Du Trottel! Geh arbeiten! Geh du mal arbeiten! Verlass mir deine Haus! Geh Mission! Geh Mission! Geh Mission! Geh Mission! Verlass mir deine Haus! Geh Mission! Geh Mission! Geh Mission! Where are you at? Oh my god! Oh baby! A triple! Oh my god! Oh baby! A triple! Oida, jetzt hast du am Game! Bis du da, aber jetzt hast du safe! Ich hab' einen Fotzen erwischt, hey. Ich weiß, dass ich jeden Abend zu dir nach Hause komme. Siehst du dich gerade selber oder? Ojejeje. Ich bin ein Inder. Fahrt ohne Visier. Wir tue durch einen Steinschlag zum Inder. Alargo Akbar. Bam, baram, bam, 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 bam. Okay, das schafft das Ding nicht. Oh nein. Ich geh' glaub' ich da unten piknicken, weil ich da nicht mehr aufkomme. Scheiße. Nein, 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 ich will da jetzt nicht den Berg... Oh, fuck. Bremsen, bremsen, bremsen. Komm, noch mal hoch oder bleibst du da unten? Ja, ich fahr' da jetzt runter. Ich mein' auch die andere Seite. Ja, ich schau', dass ich da den Berg gerade hochfahre, weil ich da ein bisschen weit unten bin. Wo ich eigentlich nicht sein wollte. Ja, weil ich steh' jetzt gerade relativ weit oben auf dem Berg. Bustard. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Perfekt. Nuke incoming. Nuke incoming. Nein, ich fahr' da langweil. Da können wir in die... Ich will aber zu meinen. Hoi. Uu. Ich hoff, ich droht nichts. Der podría doch jetzt sicher nicht mehr auf. ат cannne ja gar nicht mehr. Aber jetzt geht wieder alles runter. Ha 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 ha. Außer, icharb' ich so was von auf. Ich seh' da nämlich überhaupt nix. Fuck. Fuck. Bis ich am Ovi... Am Ovi zünden hat. Hallo. Jetzt wirklich? Ich hab dich grad geholt. Schau wo er ist auf der anderen Seite. Jetzt ist er outside, Alter. Alles umsonst, ohne Witz. Komm jetzt her, du Kraut. Ich will nicht, weil ich will mich jetzt verabschieden hier an dieser Stelle. Du willst dich überhaupt nicht verabschieden? Ich verabschiede dich gleich. Bist ein Arsch. Ich weiß. Also Leute. Leute, Leute, Mama. Wir verabschieden uns das bei unserer Erzbergtour 2015. Du bist jetzt leise, sonst kick ich dich gleich. Und... Leute, Leute. Dann Leute, haut rein. Und wir verabschieden uns. Tschüss. Ciao.